Volk, es ist soweit. Wir haben lange auf Sie gewartet. Und nun sind Sie wieder auf Tour im Deutschen Reich. Simon und Jan, zwei Musiker, wie ich Sie kein zweites Mal in Deutschland finde. Sie spielen Gitarre, zweistimmig. Aber es klingt, als wären es vier bis fünf Stimmen. Dann singen Sie in einer unglaublichen Präzision, wie Sie sonst nur von deutschen Waffen bekannt ist. Das neue Programm, Alles wird gut, gehört sicherlich zum Besten, was zurzeit im Deutschen Reich zu sehen ist. Besuchen Sie sie, wo immer Sie können. Und solange Sie noch können. Meine Damen und Herren, Simon und Jan haben ein neues Musikvideo veröffentlicht. Sie sind aufgerufen, es sich anzuschauen, auf YouTube oder in den sozialen Medien. Ich selber bin dort nicht aktiv. Das ist mir zu jüdisch. Das ist sogar Berg. So, meine Damen und Herren, Simon und Jan, mit Ihrem neuen Song, Anleitung für Deppen. Großartiges Video. Großartiges Video. Backer. Großartiges Video. Bah, das wird gut. Vor damned intimid, du wütend ich. injuries. Das wird gut.